Support.connect auf Instagram Jano961 Versuche dich im Alltag bewusster zu bewegen Konzentrier dich auf dich selbst, das ist die erste Regel Denk mal drüber nach, was waren deine Ziele Hast du sie erreicht oder gibt es Defizite Halt dein Fokus bei, positive Vibes Bleibst du konzentriert, brauchst du auch keinen Scheiß Verschwende keine Zeit mit den Leuten, die dich runterziehen Denn diese Menschen haben ihren Misserfolg schon unterschrieben Guck, sie bringen es nicht weit Machen einfach Auge und am besten noch zu zweit Alleine sind sie schwach, in der Menge sind sie stark Sie fließen mit dem Strom und machen dann auf hart Geht mal bitte weg Sucht euch am besten einfach irgendein Versteck Leute wie ihr sind der allergrößte Dreck Und erwartet von den guten Menschen bitte kein Respekt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal